Musik Hi, ich bin die Michelle und ich bin hier vor unserem Uni-Salon Campus, den wir für euch getestet haben. Wenn ihr die Vorher-Nachher-Bilder von unserem Umstyling sehen wollt, schaltet am Mittwoch ein. Was wir sonst noch so für euch haben, seht ihr jetzt. In unserer Serie Uni-Intern zeigen wir euch diese Woche unseren neuen Friseurladen auf dem Campus. Wir waren der Meinung, Konrad braucht dringend einen neuen Haarschnitt, also hat er ihn für euch getestet. Frisch geschnitten und gestylt haben wir dann am vergangenen Sonntag auf dem Trödel- und Antikmarkt im Uni-Parkhaus in Schallplatten und Büchern gewühlt. Was wir dort so Interessantes gefunden haben, seid gespannt. Musik 88 Unternehmen, Groß oder Klein, stellten sich letzte Woche auf der dritten interregionalen Jobmesse in der Saarlandhalle vor. Wir von OrgaTV boxen uns durch die Horden an Schulklassen und fragten Experten und Besucher, was denn so besonders war. Musik Na, seid ihr neugierig geworden? Dann schaltet am Mittwoch um 18.18 Uhr bei OrgaTV ein. Bis Mittwoch! Musik 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 Musik